Und so wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen, es gibt typisches April-Wetter, viele Wolken mit Regen, Rauch und Schneeschauer und auch kurze sonnige Abschläge bis 5.9 Grad. In der Nacht wird die Schauer kurze Zeit auf, es wird kalt, plus 2 bis minus 4 Grad. Morgen ist es im Südostenteil aufgelockert, sind es schwachgewölkt mit Regen oder Schneegeben bis 9.8. Am Dienstag endet es nicht ins Nassland. Am 22. März, vor 440 Tagen, kam ein besserer, berühmte Schatzkirche. Das Ereignisse, was gestern in der ganzen Welt der Kartonien interessierte seine Zanken müssen offensichtlich überhaupt nicht. Es gab wieder kaum die Dichte nachgefunden. Das rollte auch den urkanschen Töpferer Mark Twain, der aus interessante Schlüsselzug. Den Töpferer Mark Twain, den Töpferer Mark Twain, den Töpferer Mark Twain, die Knie, was gestern in der ganzen Welt und die Knie am Trommeln verwendet. Und das war die Dichung der Knie mit dem Tisch. Und das war die Dichung der Knie mit dem Tisch, die Knie, und das ist die Knie am Trommeln. Vielen Dank.